So, wieder ein ganz kurzes Video, nämlich 100 Runs Chaos Arena Level 4 ist jetzt auch endlich vorbei. Dann kommt als nächstes 5, ich glaube jetzt sollte es ein bisschen schneller gehen, wenn ich dann die Zeit und Lust dazu habe. Ja, kommen wir einfach zu den Drops, wie gesagt nichts Besonderes. Wir haben 177 Fosca High, 191 Fosca High, äh, 177 Fosca High jetzt, 191 Fosca High. Jetzt haben wir es, 151 Fosca High und 186 Fosca High ist und zweimal ein Krippring und wie gehabt immer noch kein Safeguard oder ein Slotty. Naja, gut, ähm, ja, das war 100 Runs Chaos Arena, dann sehen wir uns bei 100 Runs Chaos Arena Level 5, also bis dahin, haut da rein!